ja willkommen mein name ist der nero lp und ich begrüße zurück zur let's play valkyria chronicles in der letzten folge haben wir uns um die letzten paar skimsch gekümmert die wir jetzt noch zur verfügung hatten zwei sind noch übrig die werden wir auch irgendwann mal machen keine sorge aber jetzt sind wir erstmal bei kapitel 16 the maiden's shield die mamota wie ein godzilla monster war ich bin mir sicher es wird nichts mit der gleichen zu tun haben oder ähnlich haben das ist mal ein großes ding ja so aus wie ein riesiges schiff ganz ehrlich das war so wahre die sich in die luft geahnt hat damit zur hauptstadt geht es dann so war weg operation main schild und das war die motor part 2 ok machen wir jetzt warte hat einmal ach da kann man noch gleich das war eine richtige einfach gemacht so als hat man nicht mehr müssen gegen den kämpfen das ist natürlich eine rhetorische frage ich weiß aber wie es ausgeht das ist schlecht Wie kann man so ein Ding bitte schon verstecken? Ich weiß nicht, dass die Welt der Welt einbauen kann. Ich weiß nicht, dass die Welt einbauen kann. Das ist wirklich einbauen, wie wir die Welt auf dem Land haben. Die Welt ist einbauen, dass wir die Welt nicht mehr so viel machen. Soll ich das machen? Und... Ich glaube, dass Maximilian in diesem Marmot ist. Was ist das? Ich glaube, er fährt immerhin in die riesigsten Panzer durch die Gegend. Es tut mir leid. Wenn man hier Marmot ist, ist es gefährlich, wenn man die Marmot ist. Soll ich das nicht sagen? Soll ich das nicht sagen? Soll ich das nicht sagen? Wie kann ich das? Wir machen zusammen mit dem Krieg. Der Krieg ist der Krieg. Wir machen Marmot und Kareddani. Wir werden die Krieg. Wir werden die Krieg. Wir werden die Krieg. Okay. Die Armee ist ja noch draufgegangen in der Explosion. Ich kann uns vergessen. okay wir sollen das ding im canyon reinlocken das vorhin bienenbestückt ist okay war wahrscheinlich nur im bohnen zerstört das ding natur zerstört kardia stand naja die prinzessin königin was hat die noch zu sagen vielleicht gibt uns noch mehr waffen zum töten oder die auch ein riesiges kampfschiffen womit die durch die gegend die städte die städte die städte die städte Die Frau, woher Sie gehen? Die Garia-Konkoku-Sonbom-Kikin... Ich bin auch nur auf dem Weg. Ich bin für unsere Lande der Menschen, die Sicherheit und Sicherheit zu retten. Das ist natürlich für die Garia-Konkoku-Sonbom-Kikin. Oh, das ist gut. Es ist ein Problem, nicht wahr? Frau, wir tun uns sehr. Vorg? Was ist das denn? Du bist ein wichtiges Unternehmen mit dem Reich. Du bist ein Problem. Ein Unternehmen? Ichi? Du willst dieses Land verbringst? Verbringst du? Gaiya wird in der neuen Land. er hat jetzt schon aufgegeben ist schon klar dass unsere feindliche armee in imperium ist das alles einnehmen will aber okay die wörter ich weiß nicht was die wertinger ist aber irgendwann mit momentan wir hatten sie mal auf ich hab schon ein paar großpanzer lege ich dann kriegen wir die auch noch ist ja nicht so schlimm sind diese typen baut rand chris royal guard hier so wir werden von dieser position anfangen der motor wird vom nord ende beginnen und wird jeden zug nach süden gehen wir müssen dahin lang und wir müssen jetzt diese locker location dahin bringen wo die ganzen wien und zu warten wir müssen ihn oder ein locken und jeder der ja okay im weg ist wird zerquetscht ist irgendwie klar natürlich können wir uns danach noch ein der motor ist die tage point so okay dann alicia das gar nicht wir sollen ja nur dahin und das waren viele scouts irgendwie brauchen wir immer viele scouts dann ich weiß ja nicht ich nehme an wir können wahrscheinlich irgendwie die dinge kaputt machen die ich glaube ich nicht ich weiß nicht ganz stimmt irgendwie die kanonen oder so kaputt machen deswegen tue ich mal zwei grenzer da umlaufen wir sagen mal abmachen weil ich jetzt auch langsam ich glaube wir müssen immer kaputt machen oder so aber keine ahnung so wie bei dinge ist bei maximilians dingen ich weiß nicht stück um ich habe ich habe wir schicken einfach ein medik vor überlebt da irgendwie alles 1234 und 6 ja auch jetzt mal jeden einmal bewegen dann gucken wir mal und dann mal da irgendwas abschließen man sind da hinten egal man sind da schon einheiten ich weiß nicht was wir hier noch mal machen müssen aber jetzt schon irgendwas herauskennen ist mir jemand wo soll mir jemand sein keine ahnung irgendwo treten ist jemand sturmkopf okay so wie es hat mir fällt noch keine dinge keine sollte ich jetzt sagen da ist jemand ich muss mal doch irgendwie kriegen was das ist auch ein abverdammt oh hi man sollte ich mich da irgendwie kaputt kriegen oder gibt es auch nicht vertreffen er war noch nicht tot ja ein konter angriff und das ding ist weg hoffe ich wir lassen wir mal gucken hast du irgendwas womit du auf uns schießt ich habe jetzt letztendlich so drauf ich glaube nicht ja einfach schön aus dem weg ich will sich ja ding tut ihr voll auf die straßen rum fahren das ist schaffst du da hinten ich glaube dann kommt es nicht an irgendwann muss ja nur lvp abziehen dann schaffst du nicht mehr er glaube ich nicht so ich weiß nicht mehr was man da machen muss mit dem wir wahrscheinlich gleich gesagt erst mal schon auf den weg gehen ich muss die dinger irgendwie kaputt machen den weg versperren reicht nur gerade so ja kann man das ding nicht theoretisch von hinten abschießen man hat auch radiator hinten muss doch irgendwie gehen oder ja da war es also so nicht ich werde überhaupt nicht auf das war forschung sitzen diesen panzer und sie ist dann irgendwie die leute vor dir was weiß ich hier alles planen oder so vor dir rumlaufen und was weiß ich wahrscheinlich hätten auch kaputt machen denkst du nur was macht jeder da mich erreichst du gar nicht gut und so hat das gefühl einheitenmäßig wird das hier nicht so ein spektakel so viel nur rumlaufen habe ich das gefühl so auch nicht wird jetzt jemand komplett oder fünf punkte und schon jemand macht niemand macht was verdammt warum du auch mein gott da könntest du sterben oh nein auch kommt da kommt da gibt es nicht aber du bist es gleich dran auch nicht bewegt sich noch mal wirklich noch mal ja komm jetzt bist du so muss ich habe hier keine basis oder so gesehen hat heißt es kommen keine neuen leute also jetzt kommen du auch noch du bist auch leicht tot kommt schon verdammt so jetzt hat mir noch die dinger machen ja 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 Es gibt einen speziellen Schrauben. Wenn die Schrauben die Schrauben verletzen, können die Schrauben verletzen und die Schrauben verletzen werden können. Aber... Sie werden die Schrauben verletzen? Die Schrauben die Schrauben verletzen werden, ist die Schrauben der Schrauben. Die Schrauben die Schrauben verletzen werden sollen. Der Schrauben aller Geschrauben verletzt wird. Dann wird die Schrauben nie geplant. Sie werden die Schrauben nicht verletzt. Das Schrauben werden die Schrauben verletzt werden. Soll es dann? das glaubt du mal voraus bestimmt sicherer hat sie dann den kampf nicht irgendwie mehr länge wenn hat dingen noch mal weiter zu verdienen bewegt ist gar nicht so du bist weg es kommt man noch schön das schirmloch voraus oder warte mal bis man nicht hier lang dann uns in sicherheit zu bringen irgendwie dann geht die karte überhaupt noch so lange da weiter wir müssen das jetzt machen ich weiß auch gar nicht mehr ja auch so zu klingen als würdest du das genießen das ist nicht mehr wohl lang und wo ich dann hin muss so ist der part gleich vorbei und ich kann speichern und so verdammt du bist nur dazwischen egal wir können auch sowieso nicht durch sich gerade aber ich weiß nicht ob ich jetzt hier hin will dann war es mal ja soweit entfernt müssen wir ja noch nicht also einmal schon auf abstand so das kann man mit den ganz mit der ist wahrscheinlich den ding aktivieren wo sind die überhaupt hier ist so ein ding die einfach schön weg hier man bleibt klappt woher müssen wir eigentlich noch nicht einfach erst mal weit weg wir haben noch nicht bewegt das ist wichtig eigentlich alle auf dem weg wo man breit das ding noch ist wenn wir erst mal haben die schießt jetzt mit mord dahin wo so ein exklusives dingen ist oder auch nicht es hat nicht weh getan jetzt im nächsten zu kann man aktivieren ob ich schon wieder so stehen das wert nicht reicht reicht jetzt erwischen mal den glaube ich nicht mehr ich habe das ding aufhalten würde sagen wir müssen jetzt das ding an da kaputt hauen damit das ding an also der panzer nicht dahin erfährt genau ich wollte fliegen sagen schon geduld man da weg wenn ich jetzt noch dinge leiten aktivieren bei jungen der dinge wird wahrscheinlich am ende ist so ist gott da ist aber ich will die schämmerung meilen solchen das jetzt machen überhaupt wo ich mich da hinten verschanzen da muss ich dadurch ich weiß es gar nicht mehr ich mache das ding auch mal kaputt ich war einfach mal ganz viele dinge erst mal okay warte das ding an und heuerlich damit der edelweiß kann man andere dinge betonen falls wir treffen so und bewegen wir vielleicht noch lago raus aus dem fahnen bereich und dann weiter da geh weg die tun mir sogar weh was das denn so ich habe mich immer noch wie wir durchkommen sollen das so hat mir fällt mein gott rosie alicia mein gott alles so ist irgendjemand im gefahrenbereich stehen die nicht genau da also für zu dinger sparen also wir dazu sobald möglich so jetzt muss ich euch nochmal wegbewegen leckte mich natürlich sehr blöd jetzt und grüniger wenn wir sagen wie wir durchgehen sollen so du bist du noch wechseln ich jetzt im zug bände und du stirbst ne das war eine schöne verschwendung er ist auch wenn du noch jetzt kaputt gehst ich speichere jetzt mal und wenn wir verrecken dann lade ich einfach nochmal und der nächste park beginnt dann da in dem wir welcome back bewegen aber ich hoffe ja natürlich dass nix passiert ich nehme es jetzt mal sehr stark an ok doch naja hat irgendwie das monster da aufhalten würde dass ich meine hat dinge angeguckt ich kann auch gar nicht da lang jetzt jetzt gar nicht sagen also muss ich jetzt dadurch werden das ding auf und zu marschieren genau bomb dat minen fällt voll ihr habt sie dann immer alle weil so ein paar antipersonen das ist ja nur antipersonen mien so wie ich damit bekommen habe wegen darum wie sollen wir mit schöner dinge aufhalten und gott hat den komponierer näher was nein warum wo stand sie also wirklich noch nach vorne ok mein gott schon wieder nennt sie warum der doch gerade noch gesagt ein medic kann uns retten wenn so was passieren könnte bei solchen wissen ob das ding auch einmal so weit na gut dann würde ich sagen in der nächsten folge sehen wir uns dann wieder an dem punkt bevor wir welkin bevor wir den zug beendet haben und sehen uns dann ja in der nächsten folge ich bedanke mich aller herzlich fürs zuschauen dann ist nancy übrigens wieder am leben und sage tschüss bis zur nächsten folge dann w dow u w Untertitelung des ZDF, 2020